So sehen Siegerinnen aus. Das Duo Sisters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gewonnen. Carlotta Truman und Laurita Spinelli setzen sich im Finale Unser Lied für Israel in Berlin gegen sechs andere Wettbewerber durch. Mit ihrem Lied Sister vertreten die beiden nun am 18. Mai Deutschland im Finale des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs in Tel Aviv. Die Sisters waren erst nachträglich in den ESC-Vorentscheid aufgenommen worden. Eigentlich sollte es nur sechs Kandidaten geben. Aber nachdem ein internationales Komponistenteam das Lied Sister angeboten hatte, suchte sich der beim ESC federführende NDR dazu passende Interpretinnen und formte das Duo. Die Sängerinnen hatten vorher noch nicht zusammengearbeitet, stehen aber beide schon seit Kindesbeinen auf der Bühne. Nun liegen Deutschlands Hoffnungen beim ESC auf den Retortenschwestern. Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte mit Platz vier erfolgreich abgeschnitten. Auch in Tel Aviv soll mindestens ein Platz unter den Top Ten herausspringen.